Die Rettungsgasse ist eigentlich dafür da, Menschen in Not schnell mit Hilfe zu versorgen. Doch diese Autofahrer benutzen sie, um den Stau zu verlassen, ohne Rücksicht darauf, ob sie vielleicht Rettungsfahrzeuge behindern. Ich glaub's nicht, jetzt drehen die hier auf der Autobahn, die hier unten drauf. So was Bescheuertes tun. Norbert Lehmkuhl hat diese Aufnahmen gemacht. Über 40 Fahrzeuge hat er gezählt, die auf einmal die Autobahn in die falsche Richtung befahren haben. Ich habe mich in erster Linie gefragt, ob ich überhaupt verkehrt stehe oder richtig stehe und was mache ich überhaupt. Ich habe mich erstmal an der Leitplanke orientiert, weil das wirklich so unwirklich war und fremd, dass ich schon gedacht hatte, vielleicht mache ich auch hier einen Fehler. Die Situation war wirklich fremd. So was hat kein Mensch vorher erlebt, glaube ich. Und wenn man sagt, es passiert mal ein Auto, dann denkt man, oh Gott, da ist einer, der ausreist. Aber das war ja wirklich wie die Lemminge da. Da hinstürzt von der Steilküsse und alle hinterher. Das war schon wirklich befremdend und erschreckend. Aufgrund dieser Videos und anderer Augenzeugenberichte hat die Polizei Ermittlungen gegen die Fahrer aufgenommen. Die Leute müssen darauf vertrauen, die als Rettungskräfte dorthin fahren, dass die Strecke frei ist und am liebsten auch so frei ist, dass man gut diese Rettungskasse auch befahren kann. Deswegen ist sie auch entsprechend breit zu bilden, denn die Feuerwehr hat sehr breite Fahrzeuge. Und wenn da einer entgegenkommt, jede Sekunde zählt vorne, das kann verheerende Folgen haben. Ein Monat Fahrverbot, 200 Euro Strafe und zwei Punkte in Flensburg. Die Polizei sagt, Geisterfahren auf der Autobahn ist nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, unter Umständen ist das sogar eine Straftat. Aber wenn wir die Situation so im Griff haben, dass alle Absperrmaßnahmen entsprechend eingerichtet sind, dann kann es sein, dass ein Schutzmann, ein Polizist an sie herantritt und die Weisung erteilt. Und nur wenn diese Weisung kommt, dass man umkehren soll, um dann irgendwann ja auch die Leute aus dieser Staufalle im weitesten Sinne irgendwann mal zu befreien, dann kann man rückwärts fahren, aber Weisungen müssen immer direkt erfolgen. Also kann man nicht irgendwie orakeln oder vermuten, ich habe da was gehört, das zählt nicht. Auch in diesem Fall hat die Polizei den Stau letztendlich per Anweisung aufgelöst. Jetzt müssen die Beamten feststellen, ob die Fahrer in den Videos ihrer Anweisung abgewartet haben oder schon vorher weggefahren sind. Lehmkuhl ist sich sicher, dass diese Autos gewendet haben zu einem Zeitpunkt, als es diese Anweisung noch nicht gab. Seine Angaben prüft jetzt die Polizei. Untertitelung des ZDF, 2020